Musik Kalima, so nennt Robbe seinen brandaktuellen Elektrosegler aus der 4-Meter-Klasse. Die Flugmodellredaktion bekam kürzlich die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Neuheit werfen zu können. Stefan Flewinski von Robbe hatte uns zum Erstflug seines Werksmodells eingeladen. Erhältlich ist der Kalima in einer ARF und in einer PNP-Variante. Bei letzterer sind dem künftigen RC-Piloten eine Reihe Montagearbeiten herstellerseitig abgenommen. Bei diesem Kalima sind Winglets für die kurze Spannweitenausführung aufgesteckt. Verbaut ist ein kraftvoller Praschlissantrieb, der idealerweise mit einem 5S oder 6S-Lipo ergänzt wird. Die vier Klappen gestanden bei Bedarf große Ausschläge, beispielsweise für Butterfly. Mit dosierten Ruderwegen ist der Kalima fürs Thermikfliegen ausgelegt. Kunstflug, Thermik, Flugspass pur – so sieht Robbe den Kalima. Die optische Gestaltung ist ansprechend. Mit Butterfly lässt sich der Kalima gezielt zum Landepunkt bringen.